Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar die SS! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Kinderlandet ist der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das militärvolle Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur als fischlichen Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Hörloffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Denn bei Ihnen! Da, die Menschen taugelsthe, medien Sie, es ist ein Kugelsthe, wie sie sehen uns mud weight oder spielte die Merbein ab .